Jacqueline Toten, geschiedene Hain, ist eine ehemalige deutsche Leichtathletin, die, für die DDR startend, in den 1970er Jahren zu den weltbesten SperrwerferInnen gehörte. Ihr größter Erfolg ist die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 1972 in München als 1,8-Jährige hinter ihrer Mannschaftskameradin, Weltrekordlerin Ruth Fuchs. Nur einmal in ihrer Laufbahn, bei den DDR-Meisterschaften 1974 gelang es, ihre Ruth Fuchs zu schlagen. Jacqueline Toten startete für den SC Dynamo Berlin und trainierte bei Hans Bier. In ihrer aktiven Zeit war sie 1,71 Meter groß und wog 62 Kilogramm. Nach ihrer Sportlerkarriere studierte sie Pädagogik und arbeitete in der DDR-Zeit im Berliner Bezirk Pankow in der Wiedereingliederung von Entlassenen Straffälligen 1972 erhielt sie den Vaterländischen Verdienstorden in Bronze. Erfolge im Einzelnen 1970 Junioren Europameisterschaften 1972 Olympische Spiele Platz 2 1974 Europameisterschaften Platz 2 1976 Olympische Spiele Platz 4 Platz 4